Fröhliches Fummeln, ihr Lieben! Ich zeige euch heute, wie ihr so eine Baby- und Kindermütze innerhalb von einer Stunde häkeln könnt. Für die Mütze braucht ihr wie immer eine Schere und eine Vernähnadel und ich verwende hier ein Knäuel Maximo von Pasquali. Das ist ein Garn mit 100 Gramm und 80 Metern für eine Mütze für ein Kind zwischen ein Jahr und vier Jahre. Ich würde euch empfehlen, eine 9-10 Millimeter Häkelnadel zu nehmen, je nachdem wie fest ihr häkelt. Wir starten mit einer Luftmaschenkette. Dafür mache ich mir jetzt erstmal eine Anfangsschlaufe und häkle jetzt 21 Luftmaschen. Dafür hole ich immer mit der Häkelnadel den Faden und ziehe den durch die Schlaufe durch. Wenn es geht, nicht zu fest, denn wir müssen am Ende wieder in die Luftmaschenkette reinhäkeln. Also 21 Mal ziehen wir jetzt hier den Faden durch die Schlaufe, machen also 21 Luftmaschen und dann geht's weiter. Jetzt starte ich mit meiner Rückreihe. Dafür drehe ich mir die Luftmaschenkette so ein bisschen rum. Ich häkle gerne in die Nupsis hier auf der Rückseite der Luftmaschenkette. Ich finde, das macht sich dann am Ende besser, wenn man da wieder in die Luftmasche nochmal reinhäkeln will. Ihr könnt das aber auch anders machen. Also ihr könnt auch hier reinstechen. Wie ihr das jetzt hier macht, ist relativ egal. Für ein halbes Stäbchen holen wir uns jetzt erstmal einmal einen Umschlag auf die Nadel und häkeln jetzt ab der zweiten Luftmasche. Das hier ist die erste Luftmasche, die lassen wir jetzt aus. Da häkeln wir nicht rein. Wir häkeln hier in die zweite rein. Also entweder hier oder so wie ich es jetzt machen werde, hier in dieses hintere querliegende Teil. Also ein Umschlag auf die Nadel, dann in die Luftmasche einstechen, den Faden durch die Luftmasche durchholen. Jetzt liegen drei Schlaufen auf der Nadel, nochmal den Faden holen und durch alle drei Schlaufen auf der Nadel durchziehen. Und das war jetzt ein halbes Stäbchen. Das machen wir jetzt nochmal. Ein Umschlag auf die Nadel holen, in die Luftmasche einstechen, den Faden durch die Luftmasche holen und einmal den Faden holen und durch alle drei Schlaufen auf der Nadel ziehen. Das machen wir jetzt bis nur noch drei Luftmaschen am Ende übrig sind. Wir haben jetzt 17 halbe Stäbchen gehäkelt und in die drittletzte Luftmasche häkeln wir jetzt eine feste Masche. Dafür einmal ohne den Umschlag in die Luftmasche einstechen, den Faden holen und durch die Luftmasche ziehen. Jetzt sind noch zwei Schlaufen auf der Nadel. Jetzt nochmal den Faden holen und durch die beiden Schlaufen durchziehen. In den letzten beiden machen wir jetzt jeweils eine Kettmasche. Dafür wieder ohne diesen Umschlag durch die Luftmasche stechen, den Faden durchholen und den Faden diesmal direkt durchziehen durch die Schlaufe. Und das machen wir bei der letzten Masche auch nochmal. Einstechen, den Faden durchziehen und direkt durch die Schlaufe. Seht ihr schon, dass das hier oben ein bisschen schmaler ist als der Rest. Das wird nachher die Spitze der Mütze. Jetzt häkeln wir eine Luftmasche und wenden das Ganze und häkeln in Reihen wieder zurück. Die zweite Reihe starten wir jetzt mit einer Kettmasche. Und zwar häkeln wir ab jetzt nicht mehr in die Maschen normal ein, sodass wir, wenn wir einstechen, zwei Schlaufen auf der Nadel haben, sondern wir häkeln jetzt nur noch in das hintere Maschenglied. Das heißt, dieses vordere, das lassen wir da stehen und wir stechen nur noch in dieses hintere ein. Das machen wir jetzt die ganze Zeit, bis die Mütze fertig ist. Dadurch entsteht das Rippenmuster. Die erste Masche ist eine Kettmasche. Wir stechen jetzt also in das hintere Maschenglied ein, holen den Faden durch und ziehen den direkt durch die Schlaufe. Das machen wir nochmal. Einstechen, Faden holen und direkt durch beide Schlaufen ziehen. Das nächste ist wieder eine feste Masche, also einstechen ins hintere Maschenglied, den Faden durchholen. Jetzt aber nicht direkt weiter durchziehen, sondern nochmal den Faden holen und durch beide Schlaufen ziehen. Jetzt machen wir wieder halbe Stäbchen. Also wieder ein Umschlag. Einstechen, den Faden da durchholen. Nochmal den Faden holen und durch die drei Schlaufen ziehen. Und jetzt wieder bis zum Ende der Reihe halbe Stäbchen. Am Ende häkeln wir wieder eine Luftmasche und wenden das Ganze. Das war die zweite Reihe. Die dritte Reihe starten wir jetzt wieder mit halben Stäbchen. Auch wieder immer ins hintere Maschenglied. Wir häkeln jetzt also wieder 17 halbe Stäbchen, bis wir wieder oben angekommen sind an der Spitze. Da sind wieder drei Maschen übrig. In die drittletzte wieder eine feste Masche und in die letzten beiden wieder Kettmaschen. Eins und zwei. Dann wieder eine Luftmasche, das Ganze wenden und jetzt wiederholen wir die letzten zwei Reihen. Also Reihe 2 und Reihe 3, solange bis insgesamt elf Rippen zu sehen sind. Beziehungsweise Reihe 2 und 3 wiederholt ihr jetzt noch neun Mal. Dann seid ihr hier oben, so wie ich jetzt. Und dann häkelt ihr noch einmal die zweite Reihe zurück, sodass ihr dann hier angekommen seid. Wenn das Ganze jetzt so aussieht und ihr jetzt elf Rippen habt, also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, plus die letzte Reihe. Dann häkeln wir das Ganze jetzt noch zusammen. Ihr seid ja jetzt so angekommen mit der letzten Reihe und habt hier nochmal eine Luftmasche gemacht und wendet das Ganze jetzt einfach nochmal. Und klappt es jetzt so zusammen. Wir häkeln jetzt entlang dieser Reihe Kettmaschen immer in diese Seite und die Rückseite und damit häkeln wir das Ganze dann zusammen. Dafür stechen wir ganz normal in die Maschen ein, so wie wir das auch machen würden, wenn wir jetzt hier einfach ganz normale Kettmaschen häkeln wollen würden. Also diese beiden Maschenglieder hier müssen dann dafür auf der Nadel liegen. Und auf der hinteren Seite suchen wir uns auch die erste Masche und stechen da auch in die erste Masche ein, holen uns den Faden durch diese beiden Maschen durch und dann gleich noch durch die Masche, die da auf der Nadel lag, durch die Schlaufe. So machen wir es jetzt bis zum Ende der Reihe. Also wieder in die nächste Masche einstechen, auf der Rückseite auch in die nächste. Das geht ein bisschen schwieriger, weil das eure Anfangsluftmaschenkette war. Faden durchholen und gleich nochmal durchholen. Versucht diese Kettmaschen nicht zu fest zu häkeln, sonst zieht sich die Mütze nachher sehr in der Länge zusammen. Also hier ruhig immer den nochmal ein bisschen hochziehen. Und so machen wir das jetzt bis zum Ende, bis ihr oben an der Spitze angekommen seid. Ich schneide den Faden jetzt ab, lasse den aber nicht zu kurz, sodass ich den hier oben noch benutzen kann, damit ich mein Loch, was ich da oben jetzt noch habe, noch zunähen kann. Dafür fädel ich mir den Langfaden einmal in eine Vernähnadel ein und gehe jetzt einfach hier oben einmal rings um das Loch durch diese Schlaufen hier oben durch und ziehe das dann am Ende zusammen. In die erste und zweite steche ich jetzt hier nochmal ein und dann ziehe ich das Ganze fest zusammen und kann das jetzt hier vernähen. Ihr könnt hier auch einfach zwei Knoten oder zwei, drei Knoten machen, das geht auch. Das ist jetzt hier die Innenseite. Ich verknote das jetzt hier einmal und verknote das hier einfach auf dieser Seite. Das ist wie gesagt die Innenseite. Und wenn ich das dann fertig vernäht habe, kann ich die Fäden einfach abschneiden und die Mütze am Ende wenden. Das ist dann die richtige Seite. Und ihr seht jetzt auch hier, hier ist die Naht. An dieser Stelle, das sieht man jetzt von außen eigentlich fast gar nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr die noch ein bisschen waschen und ganz leicht spannen. Ihr könnt sie am Anfang hier so umklappen, dann ist sie ein bisschen kürzer von der Höhe. Und nachher, wenn das Kind größer ist, einfach hier runterklappen. Geht dann immer noch genauso gut. Wenn ihr der Mütze jetzt noch einen Pompon aufsetzen wollt, dann schaut euch bitte dieses Video hier an. Da habe ich gezeigt, wie man noch einen Pompon machen kann. Und wir haben ja noch genug Garn dafür übrig. Viel Spaß beim Nachfummeln und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.